Schütze! Ey! Was?! Ja, die Boys brotts im Haus! Also, wenn wir echt so spielen... Wo denn? Hallöchen und Fing und willkommen zu einer neuen Runde Kistenkrieg. Heute spielen wir auf der Map Hijacked in Black Ops 2. Wo denn auch sonst? Und der sollte auch anders mein Gegner sein, außer dieser Typ, der denkt, der könnte immer gewinnen. Aber das werden wir heute schön beweisen, dass das nicht so ist. Der Tino. Hallöchen Frommarsch, meine lieben Kollegen und Kolleginnen. Heute werden wir den Early Boy mal wieder zerstückeln. Und du kriegst es auf dem Arsch heute, Frommarsch. Never, never, never. Frommarsch auf dem Arsch. So, jetzt hier, hinter mich stellen, draufballern, da guck, da ist schon... Da stellt, stellt, ballern! Ja, 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 komm! Ja! Ah! Hihihi! Find ich gut so! Der Mann, der Mann, der Mann, der... Der Mann, der kann! Alle zu dir dürfen wir uns nicht mehr hinstellen, oder? Weil du bist ja schon... Nee, der ist schon im verbotenen, aber er darf natürlich... Aber hier, hier darf sonst keiner hin! Nee, außer wir beide nicht. Aber vor, aber vor dem Haus dürfen sie laufen, ne? Die dürfen vorne den, den, diesen Bereich, wo wir hier rumlaufen, dürfen sie gar nicht. Also hier, ab dem Ding hier, das Ding hier, was in der Mitte steht. Nee, nee, das auch schon nicht. Da, wo du stehst, schon. Ja, aber davor. Aber hier dürfen sie noch. Äh, nee. Hä, wie soll ich denn? Dann stehen meine Leute ja nur rechts und links, und deine laufen vor dem Haus links, ne? Das ist total unfair. Nee, das ist ein friedliches, äh... Ein friedliches Spiel. Die dürfen ja wohl hier vorne langlaufen, hier. Ja, gut, da erweitern wir das. Also ihr dürft an der Hauswand... An der Hauswand dürft ihr langlaufen. Machen deine ja auch, sonst kriegen sie ja gar keine Kills zusammen. Das war ja eigentlich auch gar nicht so gedacht, aber okay, machen wir das so. Also vorne an der Hauswand, ja? Ja? Bin rausgeflogen, darf ich noch mal reinkommen? Ja, du darfst noch mal reinkommen. Ja, los, hopp! Ich hab keine Munition eher. Wobei, du bist ein Tinos, die, bleib mich weg! Keine Munition! Hinter mich stellen, hinter mich stellen! Bin beim Nachladen! Ihr müsst die abschießen, ne? Das ist so der Sinn des Spiels. Ja. Immer. Und bei dir ist einer im Haus gewesen da. Der muss da raus. Nein! Oh! Los hinter mich und abknallen, los, hopp! Abschluss bestätigt! Knallt sie ab! Aua! Knallt den Tino ab! Aua! Ja! Nicht auf Tino schießen! Nicht auf Tino schießen, Mensch! Das gibt Punkte für den! Ja, komm mal her, hier! Lass eine Runde tanzen! DuUhu! Ahahaha!! Der dreckt! Jungs, wo ist die erste Kiste? Wo ist die erste Kiste? Ja, wo ist die erste Kiste, Leute? Ich will eine Kiste haben. Ja, tu mir leid! Hinter mich stellen, da kommt wieder ein Tino! ein wilder team warum kriegt ihr den nicht kaputt hinter mich stellen und den abballern los verstehe ich gar nicht warum ihr mich dauernd treffen könnt das war eine lüge nicht auf die schießen die leute hinter mich stellt ihr müsst euch so nah wie möglich hinter mich stellen dass ich keine punkte dafür abschluss bestätigt ihr müsst mir sagen ob ich weiter links oder rechts gehen soll damit ihr hier vernünftige deckung habt ne ja eben gesagt extra ich komme hinter ich komme hinter vorerst richtig wahn oh mein gott oh mein gott was ich dachte dass ich da auf dich warte oder was ja ich wollte da man jetzt eigentlich extra verballern wie er verstehst du wie er mich erwähnt na mein verstehst du ja voll gemein aber noch nicht hinter mich stellen direkt hinter mich hast du dich schon runter geschossen erzähl nicht was hast du mit meiner drohne gemacht oder einer von meinen leuten hat sie runter geschossen könnte ich auch so nicht ich hab nichts gemacht warum wachst du denn ich bin schon in die deckung gegangen ich bin schon in die deckung gegangen ich bin schon in die deckung gegangen oh nein so ich mach hier schöne deckung für euch eine wunderschöne deckung ich habe gedacht jetzt passiert weil wegrennen bringt nichts mehr ich bin einfach nur stehen geblieben was passiert nichts das ding ist wahrscheinlich oben auf dem dach gelandet über dir er musste auch zielen ich bin kein hase latino ab es bleibt die leute ab meine hinter mich stellen die leute abschneiden hopp feind ausgeschaltet die schöne assist hör auf hoch zu gehen tino abgeschossen hinter mich stellen direkt und dann die leute abschneiden niederkommen da ja bleib auch hunden da d peter das sieht so scheierend aus! Ich guck! Nachladen! Na los, na los! Wie er sich freut, er versteht sich... Weiß ihn doch nicht! Lass ihn doch los! Vorräte! Echt für wen? Für dich! Nein! Nix, ihr Alliboy! Oh, du! Für dich! Okay, das heißt, ich muss jetzt... Nach hinten! Gott, ich brauch Muni! Ich krieg jetzt noch Schildassist! Wie geil ist das denn? Ich schlucke! Im Haus, in einer Anlieferziehung! Das bin ich! Ich tu mich langsam und vorsichtig zurückziehen! Vorräte erwarten Befehle! Oh, Early! Oh, Early! Ich muss ja auch mal kurz hier, ne? Fuck! Oh! Jo! Vorsicht! Wir wissen immer noch nicht, was Tino hat! Oh! In meinem Haus ist einer! Uh! Uh! Und da hat einer... Ist ins Haus gelaufen! Ja, das war ich! Links sind zwei! Ich bin, ich bin am Fenster bei uns oben am Haus! Also, da darf man ja hin! Ja, ja! Hab ich schon gemerkt! War gegenüber von dir! Alles, alles egal! Ich hab's durchs Haus gelaufen! Oh mein Gott! Blitzschlag erwartet Koordinaten! Was denn hier eigentlich? Ah! Nein! Das war, äh ja! Nein, du mieses Ass! Hunter Killer Drohne eingesetzt! Boah, ich hab jetzt echt gedacht, jetzt kommt das Ding! Hey! Aua, ey! Aua! Ja! Ja! Early Boy Vorräte für dich! Early Boy Vorräte für dich! Warte, warte, warte! Ja, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, blockt er mich auch noch! Hu, hu, hu! Early Boy Vorräte, hier zwei Stück! Hey! Vorräte, Tino! Sehr geil! Achtung! Feindliche Vorräte unterwegs! Oh! Sehr cool! Oh, eins hat er sich genommen? Ah, der blockt mich! Orbitalsatellit ist online! Oh! Oh Gott! Hunter Killer Drohne in Bereitschaft! Hier, Tolga, schnell dich hinter mich! Angst schon! Achtung! Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs! Nein! Gott, vervorragend! Du Arsch! Oh Gott! Das gibt Rache, Tino! Das gibt Rache! Das gibt Rache! Nein! Nein! Ich wollte die Hunter Killer auf dich werfen! Du hast mich getroffen! Wechsle das Magazin! Den Wächter zerstören, bitte! Wechsle das Magazin! Wechsle das Magazin! Nein! 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 Oh Gott! Ja! Oh! Nein! Jetzt hätte ich doch links die Leute wegschießen können! Olli Boy nachher wieder vorröte! Der Schild darf ich nicht mehr für mich! Ja, bei mir keine vorräte mehr haben! Ja, wunse! Wir haben halt die Vorräte für den Olli Boy, der braucht die Vorräte! Ja, klar! Ey, kurze Frage, kurze Frage, wenn jetzt einer stirbt, darf ich ihn als Schild aufheben, ne oder? Was darfst du? Eine Leiche als Schild? Nein. Gut. Hat denn einer in deiner Klasse vorhin angesagt, dass du ein Schild haben darfst? Nein, aber vielleicht aufheben, wenn du eins droppst. Ich droppe? Nein, guck mal, du hast ja ein Schild und wenn ich dich umdrehe... Ich guck doch die ganze Zeit, wenn ich mit Augen zu hier spielen würde, das wäre doch sinnlos. Ach, egal. Nein, er meint nicht, wenn du stirbst, dass er dein Schild aufheben darf. Nein, da war die Frage. Ich weiß nicht, also, Mann. Als ob ich das nicht wissen würde. Oh, ich habe irgendwie Angst, dass jetzt das kommt, ich laufe mal kurz ins Haus. Ich bin auch kurzzeitig im Haus, jetzt bin ich nicht mehr im Haus. Darf er durchschauen? Aua, wird so gut hier. Tarnhelikopter unterwegs. Hinter mich stellen, ich war hier drin. Okay, ist kaputt. Ach Scheiße. Gehe nochmal wieder. Du gehst, du gehst. Rappel dich wieder auf. Wie steht's denn eigentlich hier? Ich habe fünf Kills, earlybote 15. Jungs, ihr müsst was tun. Ich habe Streikisten gegeben. Ich bin ja schon dabei. Rappel dich wieder auf! Da kommt Tino! Töne ihn! Töne ihn! Einzelne Schätze! Rappel dich wieder auf! Hier, ich hecke dich! Liede dabei, Tino! Oh, verdammt. Ja, die ist schon längst töten können. Guck mal, da hinten tanzt die ganze Zeit so ein Bär rum, ne? Könnt ihr den nicht mal irgendwie killen? Stellt mich jemand hinter dir in Tino! Ey, der rennt doch die ganze Zeit da doof rum. Ist der nicht zu töten? Nee. Ernsthaft nicht? Händelchen auf die Füße! Der macht doch kein Händelchen! Der steht doch frei da hinten rum! Vorräte. Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Jungs! Euch zieht gerade... Volle, gerade eins. Vorräte, du hast gerade weggeholt. Das gilt nicht als Entschuldigung. Ja, das weiß ich. Da habe ich den Early an, Kidd das auch. Eins vor Vorräte, nein. Och, keine Muni mehr. Knallt den Early ab! Knallt den Early ab! Tu auf die Beine! Tu auf die Beine! Vorräte! Ernsthaft? Ja. Raus damit! Hört ihr mal auf mit Leuten rum! Zu Eibern! Ich komme euch da gleich rüber! Ja! Huoh! Oh! Und wir treffern! Das war ja knapp. Ihr wisst das hier! Da hier, hintermüchtein, Kills fahren! No! Ich denke, mein, den Early boy macht mal Kills. Das ist ja kacke sonst. Warum kriege ich denn keinen Assist? Assist Punkte! Treffer! Das bin jetzt blöd! Was guckst du mich an? Schieß! Ey! Was? Ja, die Boys bei uns im Haus! Also, wenn wir echt so spielen... Wo denn? Wir waren bei uns im Haus hier vorne! Leute! Flakiert die linke Seite! Flakiert die linke Seite! Musst du rein, oh Gott! Uh, ich hab's geschafft! Ich will dich überleben! Ich hab' überlebt! Bewegung! Ey! Ey! Da hast du ihn, du! Ich hab' dich... Ich hab' dich gefragt! Tino ist bei uns im Haus! Ich such' ihn! Ich such' die Hütte! Hier ist er irgendwo! Lade nach! Äh, ja, rechts ist er... here! áháhá! Voorrette Tino! Ach wie geil! Dankeschön! Nööööö! mein freund ich komme gleich zu dir gleich kommt der traummann zu dir was vorräte tino oh mein gott du blockst den mensch macht doch mal so scheiss nicht schade wer war bei dir oben im haus am fenster bei mir jetzt im haus das darf man ja jetzt durftet ihr ja vorhin auch das war mir ja tja early zuhören das macht sinn ach doch ein feindlicher agr unterwegs ich soll nicht wieder pistol spielen ich habe keine muni mehr geht mir auch manchmal so auch mal tragische tage kann nichts mehr machen ich habe so gesehen dachten wir so ja es könnte mich kennen also war ich lieber das ist ja er hat schon zu viele hits leute ich brauch irgendwas was brauchst du denn vorsicht hau ab warum kannst du durch mein schild durchmessern ich habe nicht gemessert ich habe geschlagen ich habe nicht gewarnt hier den early boy bitte mal abschießen ich habe eine bedrohung auf die beine schuss bestätigt oh mein gott nein Was? Wo ist meine RPG, wenn ich sie brauche? Deine RPG? Oh, ich dachte feindlich. Hallo, Freunde! Oh mein Gott. Oh! Oh Gott, fast holt er mich eins vor. Die Böse. Danke. Einen Heimkill, bitte. Hier Leute, stellt euch zu mir! Boah, ich zieh nur an den Hunter Killer! Rappel dich wieder auf! Töte Joni. Feindlicher Hunter Killer vorne unterwegs. Eins vor. Warum hast du nicht getötet? Weil ich's kann. Achso, okay. Stellt euch hinter mir! Weil Baum! Hey! Oh, Scheiße! Sehr schön. Oh, da haben einige das Lehnenreihe gemacht extra hierfür. Das ist schlug. Ach, wie sahst du die Dings auch gesagt? Ich hab genau null. Ich brauche ne Pistel. Oh, ich war... Na, hast du jetzt so langsam was Schönes erschossen, Early? Ido, ich hab Vorräte. Echt gut? Kann jemand sterben? Naja, ich hab eh keiner so nie mehr. Okay, es tut. Geil. Ja, komm, ein Magazin, wow. Verdammt. Noch eins bin gestorben. Hey, hör mal auf! Wie steht's denn eigentlich jetzt? Verbündete Vorräte unterwegs. 31 zu 16. Nein, ernst! Meine Vorräte! Kein Blackhäte. Was wär denn da drin? Was bin denn? Feindliche Vorräte unterwegs. Hau ab mit deinen scheiß Vorräten! Wie steht's denn? 32 zu 16. Ich glaub. Der braucht ein Wunder. Early braucht ein Wunder, das stimmt. Definitiv. Am Ende kriegt der noch einen Schwarm oder so. Feindlicher Blitzschlag steht bevor. Feindlicher Blitzschlag steht bevor. Ich hab... Nee, halt! Warum liegen meine Vorräte außerhalb der Map? Achtung, feindlicher Blitzschlag steht bevor. Ich weiß, dass keine Muni ist. Nicht wahr. Oh, Hensdorf. Zau mal, ist das dein fucking Ernst! Hey, boy, kannst du sterben? Dann krieg ich Muni. Nicht sterben, dann kriegst du Muni! Gibt mir ne Waffe! Gibt mir ne Waffe! Entschuldigung. 1 vor Vorräte. 1 vor Vorräte. 1 vor Vorräte. 1 vor Vorräte. Oh Gott, ich wär fast noch... 44 zu 60. 1 vor Vorräte. 1 vor Vorräte. Wie du die backen willst. Ja, wenn's euch aufgefallen hat, lasst den beiden Videos doch mal einen Daumen nach oben da. Schaut euch mal die Sicht vom Early Boy an, wenn er zerpflückt wird. Das ist einfach noch zu geil. Ja. Von daher. Wir bedanken uns recht herzlich für's Zuschauen. Auch Zerrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!